Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spend Your Time Right, bei der ich mit verschiedenen Expertinnen und Experten zum Thema Zeitmanagement spreche. Und ich habe heute zu Gast Annika Hertel und Thürer Seitz von New Work München. Annika, wie wichtig ist das Thema Zeit und Zeitmanagement für uns im Alltag? Ja, universell messen wir in Zeiteinheiten in Wochen, Stunden, Tagen, Sekunden und gerade deswegen ist es für uns alle auch wichtig, denn Zeit ist eine begrenzte Ressource. Das steht fest. Und im Arbeitsalter geht es darum, auch für sich zu definieren, was ist denn für mich sinnvoll genutzte Zeit und das ist oft gar nicht so einfach. Für uns von New Work München bedeutet es, ganz klare Prioritäten zu setzen und dann Freiräume, sprich auch Zeit, für Kreativität zu machen.